Was die Kinder hier zeigen und beherrschen, ist nicht selbstverständlich. Sicheres Schwimmen. Denn es kann sich nicht jede Familie einen Schwimmkurs leisten, bei dem Kinder frühzeitig und unter professioneller Anleitung schwimmen lernen. Hier setzt das Projekt Wellenreiter für Potsdamer Kinder an. Mit dem Projekt wollen die Bäderlandschaft Potsdam gemeinsam mit dem AWO-Büro Kinderarmut möglichst vielen Kindern das Schwimmen lernen ermöglichen. Zur Verwirklichung brauchen wir dringend ihre Unterstützung und freuen uns über die Hilfe von Sponsoren und Spendern über die Potsdam Crowd der Stadtwerke Potsdam. Die zukünftigen Wellenreiter werden es ihnen danken.